Und, die Stimmung ist hier überall, und dann kann ich es hier, ein bisschen nach Südenbecken, also steht hier überall. Jetzt haben die Gäste aus Österreich und die Arsina, die Pütze-Piefe-Lochau, aus der Region von Bodensee, und sie nehmen nach Hause in der Gemeinde Lochau-Irschburg. Sie sind 38 Mitglieder seit 2010 in Österreich und der Dantormajor ist der Philipp Gange. Jetzt viel Spass mit Pütze-Piefe-Lochau! pieceme zu die dass sie sind Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018